Ich hoffe, ich spreche es richtig. Wir sind in Hue City, denke nicht, dass es Hue City heißt, und wir verteidigen hier unsere Stadt quasi gegen die Amis mit der AK. Wir wollen mal sehen, ob das was bringt. Da, unten rechts sieht man den Feuermodus. Ich nehme Einzelschuss. Ja, dann bringt der auch nichts. So, auf Steuerung, auf der linken Steuerung. Sie werden attackiert. Gehe ich runter? Oh, da kam was aus dem Haus. Das ist ziemlich doof, was ich mache. Ich werde jetzt rangehen. Wow. Ich kriege sie weg hier. Komm, lass mich rein. Wie gesagt, es gibt keinen... Ach. Es gibt keine Anzeige. Es gibt keine Anzeige, wie viel Leben man hat. Es gibt keine Anzeige, wie viel Moon drin ist. Und ich kann die Gegner kaum von den eigenen Leuten unterscheiden. Ich weiß jetzt, wo sie gehockt haben. Ach. Das wird... ...ne ganz... ...ganz harte Lernkurve. Ja? Ja? Ich bin weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Anti-air defenses are active. Plays a squad-tunnel, F4, is nix. Kann ich hier nicht placen. Scout, report in. Hallo, lass mich da rüber. Ach so ein Mist. Ne. Kann da nix placen irgendwie. Können wir auch drunter schreiben warum das so ist. Ja. 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 Hallo. Wie kann ich das nicht? Das scheint doch die falsche Taste zu sein. So, wie läuft das jetzt? So, wie kommt das jetzt? So, wie läuft das jetzt? So, wie läuft das jetzt? Das war's. Anti-air's defenses are active. Ja, ich weiß zwar nicht, wie das gelaufen ist hier so, aber irgendwie haben wir es geschafft. Es ist unheimlich schwierig. Und ich hatte gedacht, einen Tunnel zu placen wäre F4. Und ich habe es die ganze Zeit versucht, und es hat nicht funktioniert. Aber ich bin auch ganz froh, dass ich nicht der Squad Leader bin. Jetzt gucken wir mal. Ah, ich spiel mal weiter mit dem. Das ist immer schon fiese. Wir nehmen Alba. Habe ich das bestimmt? Niemand getroffen, oder? Und bin ich tot? Nein. Na komm, ich bin hier rüber. Wir nehmen Bravo. Wir nehmen Bravo. Wir nehmen Bravo. Waren wir mal was dummes. Wir nehmen Bravo. Wir nehmen Bravo. Wir nehmen Bravo. Wir nehmen Bravo. Der Recon ist im Hillen. Nein! Ich wollte versuchen aufs andere Dach zu springen, das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe sogar einen Kill, wie ich das gemacht habe. Das bleibt dein Geheimnis. Was? Das bleibt nicht offen. Ich habe ihn erwischt. Bin ich sicher? Ja. Yo! Nein, 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 nein. Ich habe tatsächlich einigermaßen schnell reagiert und was getroffen. Hilfe. Scheiße, hier komme ich nicht voran. Ah, leck mich doch! Ja, in dem Spiel muss man Augen haben. Das ist jetzt mehr so Super-Garush. Was kann man denn mal machen? Wir nehmen uns die Scharbe. Oh! Ach man Ja, was kann ich machen? Ich kann rausgehen Raus Ah, ma, 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 ma Jo Wir flankieren Hoffentlich Hoffentlich ist es das was zu tun Wo seid ihr? Der Kollege verbindet sich, da muss ich doch direkt mal... ...abdecken was ist das ich habe doch es ist ja kein fadenkreuz da deshalb habe ich extra ein bisschen rechts und links damit ich ihn treffe weil ein treffer ist hier mal sehr viel wert aber anscheinend immer noch nicht das ist sehr schade ich wollte jetzt nicht in die kümmer korn ziehen absichtlich gibt mir auf keks leute ist mein krieg was ja sniper Was ist das? Mehr für die Zeit tot hier, als überhaupt. Was ist das? 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 Nein! Mama! Nein! Voll reingelaufen! Ich sehe schon, ich brauche Hilfe von jemand professionellem. Ich brauche Hilfe vom Fleischmann. Ich brauche Hilfe von jemandem zu machen! O.K. O.K. P.S.B.S. Wir nehmen Delta! Wir nehmen Delta! Recon ist in der Luft! Gehen wir ! Untertitelung! Ich sehe ihn. Was sollen wir tun? Okay. Hallo! Ich take doch Cover, mehr Cover kann ich gar nicht taken. Das war doch ein Kollege! Ich trau mich was jetzt. Hallo, ich will rüber! Aaaaaaah! Mann, ey! Ich will doch mal was stürmen! Au! Au! Da weiß man nicht mal wo man ist und ist schon wieder tot, ne? Auf rechts! Hallo, ich will raus! Run. Weiter, 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 weiter! Läuft lang! Okay! Uu! Oh! Oh ah! ein bisschen abwarten damit die auch weg sind hier und dann weiter pushen wenn sich deren spawnen so ein bisschen nach hinten verlegt hat, so sehe ich das wir gehen mal geschmeidig hier raus Hallo, wieso da? Warum kann ich das nicht? Ich bleib am Rand, ihr könnt nicht alle hier denn die Stelle kenn ich ist gar nicht so super bad lass mich hier rüber Yes Nice Hier ist ein Graben auf der Sache Hier Ich hab halt getroffen Ja Leute Moin Ich hab das gerne Ich hab das gerne Ich hab'' Das bin ich denn das Ich hab' Ja Ich hab' Sie Na Na Ich hab' los? Warum wird der gehittet? Warum werde ich gehittet? Ich finde es nicht gut. Aua! Naja. Ah, mein Gott. Recon ist in der Luft. Ja. Und wieder versuchen, in der Rolfschen-Taktik etwas über Außen zu gehen. Und dem Feind, nicht dem Freund, dem Feind mit dem preußischen Zangmanöver nahe treten zu können. Und mit nahe treten meine ich aus dem Leben treten. AC-47 inbound. Take cover! Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Es war so gut. Hier machst du gar nichts. Was mit einer Pistel? Von wo? Ja. Ja, meine Villa. Da genau, hier war ich doch. Da war ich. Da war ich doch. Da war ich doch. Da war ich doch. Da war ich doch. Da war ich doch nicht. Da war ich. Okay. Okay. Da war ich doch. Da war ich nicht erwischt. Das kann ja nicht sein. 4 Kills. Im Gegensatz zu Benz mit 100. Nein. Ah, das sind die ganzen Spots. Da war ich nicht. Da war ich nicht. Da war ich nicht. Recon ist in der Luft. Da war ich nicht. Ich versuche halt irgendwo hinzurennen und ich weiß nicht mehr wo hin. da war ich nicht mehr. da war ich noch mal rüber. Das ist ja wohl. Hier war ich eben. Ja, mein Kill war das. Ich habe die Musik zwar ausgestellt, aber egal. Ich hoffe, ich kriege dafür keinen Strike. Ich lasse es jetzt laufen. Mein Kill hat das Spiel entschieden. Zumindest bilde ich mir das ein. Aha, es war gar kein Kill. Wahrscheinlich war es sogar ein Freund. Es macht überhaupt nichts, denn Rising Storm 2 Vietnam macht mir verdammt viel Spaß. Auch wenn ich... Ah, da hat ein Team Kill. Wunderbar. Auch wenn ich hier rumluge wie sonst was. Aber dabei solltet ihr mir ja helfen. Ich werde versuchen, auch was mit dem Fleischmann zu machen. Fleischmann hat einen eigenen Kanal, Fleischmann Gaming. Der ist bei mir verlinkt. Rechts. Und dem könnt ihr auch gerne mal auf Twitch zugucken. Der ist viel öfter online als ich. Ansonsten würde ich mich natürlich auch für die Stümperei über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr mir eine Menge Tipps da lasst. Und ansonsten sehen wir uns in Rising Storm 2 Vietnam im nächsten Video wieder. Hoffe ich zumindest. Danke fürs Einschalten. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.